Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Wir basteln einen kleinen Wave-Shooter. Ich bin der Sizzle und freue mich, dass ihr natürlich wieder vorbeischaut. Heute soll es darum gehen, dass wir uns bei der Waffe beimachen, dass wir quasi angreifen können mit der Waffe. Wir werden dazu, also ich habe jetzt schon mal die AK-47-Test-Waffe aufgemacht, wir gehen einfach wieder auf Edit, Project Settings, denn wir müssen ja erstmal eine Taste vergeben. Wir gehen auf Inputs und zwar eine Taste, damit wir auch Schaden machen können. Hier haben wir Set Destination, Left Mouse-Pasten. Falls ihr das nicht habt, ich lösche die mal einfach komplett raus. Gehe auf Plus und gebe einfach ein Attack. Und Attack drücke ich einmal hier rauf, soll die linke Maustaste sein. Ja, ihr könnt auch hier über Maus und euch dann die Left Mouse-Button raussuchen. Gut, das haben wir gemacht. Wir gehen zurück zum Spieler und geben ein Attack. Und hier haben wir Input Action Events Attack. Da ist es auch schon. Okay, damit haben wir das quasi schon mal gegeben. Wir gehen zurück zu unseren Spieler hier. Und wir hatten ja hier dieses Reload. Da werden wir später nochmal dran arbeiten. Als erstes geben wir jetzt eine neue Variable. Also wir sind im Player drin. Und zwar eine Bool-Variable brauche ich hier. Und die nennen wir Reload. Ja, das ist nämlich die erste Abfrage, denn wenn wir nachladen, dann möchten wir ja nicht schießen. Sondern wenn wir nachladen, dann kann er nicht quasi schießen, sondern er kann erst dann wieder schießen, wenn quasi nicht mehr nachgeladen wird. Dazu geben wir jetzt hier einfach ganz normal einen Branch ein. Also eine Abfrage für die Boolean. Für get. So, dann compile, save mir das Ganze. Und da machen wir eigentlich jetzt nur noch folgendes, dass wir hier, wenn False ist, also wir suchen uns jetzt die Weapon-2 raus. Die haben wir in der letzten Folge ja erstellt. Und sagen hier Attack. Wir haben hier Weapon-Attack-Message. Und wenn False, dann kann er quasi angreifen. Wir bringen das Ganze jetzt ein bisschen hier höher. So. Wir können auch noch eine Variable reinsetzen. Das machen wir, denke ich mal, auch. Dass wir hier quasi angreifen. Ja, die Abfrage ist gar nicht schlecht. Vielleicht, wenn man das auch nochmal als Boolean-Variable nochmal zwischendeklariert, dass der Spieler vielleicht gerade im Attack ist. Vielleicht braucht man das mal. Das setzen wir einfach hier rein. Hänge ich, also ich habe unten jetzt die Boolean-Variable. Also einfach Plus. Boolean-Variable-Attack. Dann ziehe ich mir die hier raus. Hänge die hier zwischen. Sag ja. Er attackt jetzt quasi. Ziehe mir die wieder raus. Hänge die hier ran. Und lasse die quasi frei. Und dann machen wir einfach hier ein Stop-Attack. Dann verbinde ich das Ganze. Compile. Save. Und dann hast du das quasi. Damit haben wir schon mal die ersten Funktionen hier eingebaut. Als erstes haben wir hier natürlich den Key für Attack vergeben. Als zweites haben wir hier einen Branch zwischengebracht, wo erstmal abgefragt wird, du lade dich eigentlich nach oder nicht. Das Reload-System hier oben, das werden wir später anders machen. Das wird in der Waffe stattfinden. Aber das lassen wir jetzt erstmal hier. Das kommt in der nächsten Folge. Ja. Wenn er nicht nachladen tut, dann geht er auf Attack. Attack ist on. Und dann geht er zu Weapon-Attack. Also quasi zu der Message über. Und wenn wir die Taste loslassen, weil wir wollen ja Dauerfeuer machen, also beziehungsweise wenn ich die Taste drücke, dann schießt er die ganze Zeit. Und wenn ich sie loslasse, dann haben wir hier, dann ist Attack nicht mehr. Dann ist sie auf False, also nicht mehr an quasi. Und hier ist Weapon-Stop-Attack. Ja. Das ist so das Ganze. Wir sind jetzt hier bei Weapon-Attack. Also wieder auf unsere AK-47-Test-Weapon gegangen. Gehe ich hier auch mal. Und die erste Abfrage, die ich habe, ist die Abfrage, ob wir im Aim sind. Ja. Wir haben ja hier eben deklariert. Ziehen wir das jetzt hier mal ein bisschen weiter weg. Dann habe ich hier ein bisschen mehr Platz. Und mache jetzt hier erstmal meinen Brunch. Und habe die Frage, mache jetzt hier Get Aim. Ziehen wir das Aim hier raus. Das ist dieses. Gebe ich hier ran. Die Abfrage ist einfach, bin ich im Aiming? Also wenn ich nicht im Aiming bin, also nicht die rechte Maustaste, gedrückt halte, dann kommt ja auch nicht das Fadenkreuz. Der Spieler richtet sich dann auch nicht nach dem Fadenkreuz aus. Und im Endeffekt möchte ich, dass er, wenn er nicht im Aiming ist, auch nicht schießen kann. Er kann nur schießen, wenn die rechte Maustaste gedrückt wird. Als nächstes nehmen wir unsere Ammo. Die haben wir auch in der letzten Folge erstellt. Ziehen einfach hier rein. Get Ammo. Und wir gehen dann, also wir machen schlussendlich einen neuen Brunch. Also wir sind jetzt im Aiming. Das passt. Dann machen wir noch ein Brunch. Und hier ist schlussendlich die Frage. Greater als Null. Ja. Also nur wenn es größer ist als Null, dann kannst du schießen. Weil dann hast du ja auch nur Munition in der Waffe. Wenn du keine Munition in der Waffe hast, dann kannst du ja auch nicht schießen. Das ist ganz klar. Deswegen haben wir das eingebaut. Als nächstes müssen wir das True hier quasi unterteilen. Wir brauchen nämlich zwei Ansteuerungspins quasi. Das machen wir mit einer sogenannten Sequenz. Dann hier noch mehrere Pins anführen. So habe ich die Möglichkeit, von hier aus mehrere Sachen zu programmieren. Also mehrere weiterführenden Sachen. Ja. Okay, ich nehme das hier nochmal kurz raus. Mache einfach jetzt hier wieder Sequenz. Zack. Denn ich brauche nur die beiden Pins schlussendlich. Dann habe ich ja gesagt, wir wollen gerne Dauerfeuer drin haben. Damit wir Dauerfeuer hinbekommen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt das Ganze über Tick laufen, sodass quasi jeden Frame die Abfrage stattfindet, die wir bis jetzt gebaut haben und ob der Spieler schlussendlich die Maustaste, die linke Maustaste drückt oder gedrückt hält, wie auch immer. Wenn das so ist, dann würde er dann feuern. Ich möchte aber nicht, dass das jeden Frame abgefragt wird. Sondern wir werden hier mit einem sogenannten Gate arbeiten. Also Gate ist eigentlich, wie der Name sagt, ein Tor. Und damit werden wir jetzt arbeiten. Ich werde dazu auch gleich ein bisschen was sagen. Also ihr seht es hier, so sieht mein Gate momentan aus. Ich mache jetzt hier einfach mal, einfach Gate eingeben, dann habe ich das hier. So, vom Ersten, also vom Ersten, geht er rein im Open. Ja, dann öffnet er sozusagen, das geht. Wenn keine Munition mehr da ist, also wenn wir jetzt hier sind und wir haben keine Munition mehr, dann schließt er das Gate. Ja, dann macht er das zu. Beziehungsweise machen wir das schon von hier, vom Aim. Wenn du nicht mal im Aiming bist, dann schließt du das Gate. Man könnte das jetzt auch von hier machen, aber hier die Abfrage vorher ist eigentlich auch nicht schlecht. Hier könnten wir nachher eine andere Sache noch reinbringen, zum Beispiel, dass dann ein Klick-Sound kommt. Da muss ich mal gucken, ob ich was finde, was free ist. Was jetzt Waffensounds angeht, dann könnte man hier so einen Klick-Sound reinbringen. Na, das habe ich bei mir jetzt hier auch gemacht. Also hier, wenn Munition leer ist, dann kommt der Klick-Sound. Man könnte jetzt auch eine kleine Message aufploppen lassen, no ammo. Auch das wäre möglich. So, nun haben wir das schon mal fertig. Zum einen, wir haben jetzt das Event-Weapon-Stop-Attack. Das ziehen wir uns hier hin. Mache ich hier unter so. Das schließt ebenfalls. Also wenn der Spieler gar nicht mehr die linke Maustaste drückt, dann schließt sich das Gate auch. Ja, dann ist es auch zu. Dann, das ist jetzt ein bisschen alles ein bisschen sehr verwirrend und kompliziert. Gebe ich mir hier hinten bei Exit auch noch eine Sequenz hin. Und sage hier, Absend 1, Delay. Okay, ich möchte das quasi, also es dauert ja immer eine gewisse Zeit, sage ich mal. Man gibt auch, also auch bei der richtigen Waffe, einen Schuss ab und es kommt dann nicht der nächste hinterher, sofort, instant. Sondern es vergeht immer eine gewisse Zeit. Ich habe jetzt hier 0,2 drin gelassen. Das ist quasi die Zeit, bis ich überhaupt den nächsten Schuss, also die nächste Kugel wirklich hinterherkommen würde. Wenn er diese 0,2 fertig hat, dann geht er in Enter. Dann steuert er dieses Gate wieder an. Ja. Damit ersparen wir uns schlussendlich das Tick. Ja. Ansonsten haben wir hier Start Close. Also es soll von Anfang an zu sein. Das ist richtig. Dann haben wir das hier quasi schon mal fertig. Und wenn wir das erste Mal drücken, also das erste Mal es losgeht, muss ja auch das Gate irgendwie angesteuert werden. Das machen wir hier mit Secrets 2 an Enter. Also er geht rein, das Gate wird angesteuert. Hier wird der zweite, also von hier oben, geht er dann in oben, das Gate wird geöffnet. Dann geht er in Exit, das Gate ist ja offen. Er geht dann weiter, geht hier rein, geht hier durch, wartet jetzt die 0,2, geht rein und sagt, alles klar, ich öffne das Gate wieder. Also auch wenn ich die linke Maustaste gedrückt halte und das hier ansteuere, sobald er hier wieder zurückgeht, öffnet er mir das Tor dann wieder. Also er geht hier rein in Enter und hier wieder in Open. Und wie gesagt, hier haben wir beides im Close. Einmal, wenn ich nicht mehr quasi Attack mache und das andere, wenn ich im False bin. Gut. Dann haben wir das schon mal soweit fertig. Jetzt geht es schlussendlich darum, das sind jetzt hier so Sachen, dass ich, ja... äh, mein Nachbar nervt mich gerade tierisch mit seinen Gekloppe da oben. Ähm, das sind einfach jetzt so Sachen, dass ich die Animation, also hier haben wir noch eine Play-Animation, dass der Spieler schießt. Das werden wir jetzt auch machen. Und die werden wir einfügen. Und zwar habe ich hier in unseren Player-Animation, Animation-Starter-Pack, haben wir hier äh, Fire-Riffle-Ironside-Retarget. Die öffne ich mal, damit wir mal sehen, was das ist. Ja, so sieht das aus. Okay. Und ich brauche davon jetzt Great an dem Montage. Gehe ich rein. Und das mit den Slots kennt ihr schon. Wir wollen ja jetzt, sollen, also ich möchte ja schießen und trotzdem möchte ich gehen. Das heißt, wir müssen das Ganze wieder überblenden. Damit ich das machen kann, muss ich hier auf Slot gehen. Und da habe ich hier Slot nehmen und sage jetzt The Full Group Fire, das hatten wir ja gesagt, das ist unser Operkörper-Slot. Dann haben wir das fertig. So. Okay. Ähm, das haben wir jetzt erstellt. Wir können noch folgendes machen. Wir können, wir gehen einfach hier von Cast to Player hoch, Promote to Wearable, Cast Player. Die setze ich mir jetzt hier einfach rein. Verbind das. Da brauche ich nicht jedes Mal casten. Dann habe ich die Variable vom Spieler hier drin. Get Ass vom Player. Und dann sage ich hier Play Anem. Dann machen wir das so. Play, Anem. Montage. Also vom Spieler weggehen. Dann mache ich hier bei Zen, also Sequenz, die Nuller, die kommt da rein. Dann suchen wir hier, habe ich ausgewählt. und packt das hier rein. Fertig. Ähm, dann machen wir einen Delay rein. Versuchen wir mal gucken. Mal jetzt hier Delay 0,15. Ja, also wenn er jetzt hier fertig ist, er geht dann hier weiter. Play, Anem, Montage. Die Montage, dass wir mit Oberkörper schießen, wird abgespielt. Und wir sagen hier 0,15. Das ist der Delay. Dann geht es quasi weiter. Also die Verzögerung schlussendlich. Wir müssen hier reingehen, vom Spieler und Upper Body, Set Upper Body uns noch holen. Packe ich jetzt hier rein, verbinde ich, setze den an. Also dass er an ist. Weil sonst läuft das ja nicht. Ist ja klar. Ähm, dann, wenn das completed ist, beziehe ich mir einfach das Set Upper Body verbinde das hier rüber ein bisschen hoch, so so nimmt das hier raus. Das heißt, dann ist ja die Sache mit dem Upper Body fertig. Und jetzt geht es schlussendlich daran, dass wir ähm, ja von den Ammo ein abziehen. Das heißt, ich mache jetzt Ammo hier ran. Momentan ist das ja 30. Gehe von hier, sage Subtract und gebe jetzt mein Ammo oben ran. Also hier Ammo Minus 1 und gebe das schlussendlich dann aus als Ammo aktuell. So. Verbinde ich einfach. Dieses Ammo aktuell ist schlussendlich nur dafür danach für das Widget, was wir dann später kreieren wollen. Und jetzt können wir eigentlich machen, noch ein Print rein. Print String. Verbinde das beides. so. Pfeile save. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Wir schauen mal. Nehme jetzt meine Waffe auf. Drücke die Taste 2. Und ihr seht, oben links lehnt er das runter. Was er jetzt nicht macht, ist, er spielt jetzt nicht die, ähm, die Animation ab. Ja. Da muss ich jetzt nochmal gucken. Also die spielt er jetzt hier nicht ab. Hier ist das soweit richtig. Wir sind auch da drinnen. Ähm, das Target ist auch gesetzt. Auch das passt soweit. Wir machen mal, ich mach da mal das Delay hier kurz raus. Ich setze das mal hier hinter. Oder wir machen mal folgendes. Ich setze das ran. Mach das mal kurz so zum testen. Kann natürlich auch sein, dass die 1,5 zu knapp bemessen sind. Nein, das macht er auch nicht. Dann kann es natürlich sein, dass ich irgendwo jetzt den Upper Body, ähm, vorher ausgeschaltet habe. Also hier haben wir ihn ja an, wenn wir reloaden. Hier ist er aus. Das ist soweit alles richtig. Das ist auch richtig. Ja, eigentlich setze ich ihn jetzt nicht irgendwo zurück. Ich habe jetzt gedacht, dass ich ihn vielleicht irgendwo zurückgesetzt habe. Aber das ist jetzt eigentlich nicht der Fall. Bisschen, bisschen eigenartig, dass er das jetzt nicht macht. Wie gesagt, hier habe ich auch nichts anderes eingestellt. Ähm, das andere funktioniert soweit. Und nehme ich mal ganz kurz raus hier, den Upper Body. Ich setze das mal kurz hier hin, um überhaupt zu gucken, ob die Animation jetzt geht. Das funktioniert nicht. Wir können auch noch was anderes machen, fällt mir gerade ein. Zwecks testen. Was auf jeden Fall ging, war ja unsere Nachlade-Animation. Setze ich die mal rein. Die Waffe hier auf. So. Okay, da funktioniert es nicht. Hier funktioniert es. Ähm, okay. Das ist recht interessant. Obwohl wir hier die ja im Retarget drinne haben. Fast soweit. Ähm. Einblenden und ausblenden ist auch alles okay. Hier ist auch alles okay. Ein Sachen. Eigentlich, wie gesagt, ist alles soweit richtig. Und hier, wie gesagt, ist es jetzt auch auf Firefly Ironside. Also mache ich das erstmal wieder ran. Da gucken wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Gucken in der nächsten Folge, woran das, woran das liegt, warum er die jetzt nicht, äh, abspielt. Das ist gerade ein bisschen mysteriös. Ja, weil also wie gesagt, das diesen an sich funktioniert. Also ihr seht oben links, dass, ähm, Munition verbraucht wird. Na? Das ist soweit okay. Den Nachladen haben wir jetzt nicht drinne. Wie gesagt, da wir das ja jetzt geändert haben, aber wenn ich immer auf Air drücke, dann fängt er an. Das ist soweit okay. Dann müssen wir noch mal in der nächsten Folge gucken, woran das jetzt schlussendlich liegt. Dass er das mit den, ähm, Upper Buddy jetzt nicht macht. Ja, also das ist für mich jetzt etwas mysteriös. Auch hier drin ist eigentlich alles so gehabt. Genau. Das ist unser Upper Buddy. Der wird gesetzt. Und wenn der gesetzt ist, geht er eigentlich da rein. Das ist alles soweit richtig. Das ist auch soweit richtig. Ähm, so. Wie gesagt, sehr mysteriös. Müssen wir in der nächsten Folge mal gucken, was da jetzt das große Problem ist. ist, warum da das Attack nicht gemacht wird. Also ich kann höchstens nochmal nachgucken, was mir jetzt so spontan einfällt. Ähm, weil hier Animations-Data-Modell ist aber auch alles soweit. Blend in und Blend out. Auch das haben wir alles auf Standard. Also auch das, auch hier ist nichts irgendwie geändert worden. Auto-Blend. Ja, also wie gesagt, also das sieht alles so aus, wie ich es eigentlich auch bei mir gemacht habe, so wie ich es kenne. Keine Ahnung. Also an der Animation an sich liegt es jetzt nicht. Ist hier sonst auch irgendwas drinnen, was ihn stört? Also wie gesagt, dann müssen wir echt nächste Folge, muss ich nochmal nachgucken. Und dann kann ich euch in der nächsten Folge Bescheid geben, woran es dann schlussendlich lag, warum wir das Problem hatten, dass, ja, dass er schlussendlich die Schlussanimation nicht macht. Denn die möchte ich ganz gerne drinnen haben, denn dann sieht es noch ein bisschen besser aus. Was wir auf jeden Fall, was ich noch gucken werde, was auf jeden Fall noch reinkommen muss, ist ein Muscle Flash. Das ist vorne so eine Waffe direkt. Mal kurz auf Viewport, also hier vorne so dieses, ja, Mündungsfeuer. Genau so heißt das ja, Mündungsfeuer. Das ist dann da vorne, das sieht man dann, wenn man schießt. Das hätte ich auch ganz gerne noch. Ja, und dann haben wir das schon mal hier soweit fertig. dann kommt in der nächsten Folge das Reload rein noch und natürlich die Begründung, warum das mit den Upper Party jetzt hier nicht ging. Alles klar. Gut, dann hoffe ich, ihr kommt gut ins Wochenende rein. Das war es dann wieder für diese Folge. Wie gesagt, nächste Folge einmal nachladen und dann auch noch hier den Bug, dass wir die Animation nicht sehen. Auch das kommt dann noch rein. Ja, und was wir noch vergessen haben, wir wollten ja bestimmt noch mal durchgehen, was wir überhaupt hier heute gemacht haben. Also, letzte Folge haben wir alles vorbereitet. In dieser Folge haben wir uns angefangen mit dem Player und zwar haben wir hier unsere linke Maustaste gesagt, das soll Input Action Attack sein. Hier haben wir hier reingezogen und haben erstmal einen Branch reingemacht. Wir haben eine Bool-Variable erstellt, die Reload heißt. Wenn Reload False ist, dann haben wir hier ebenfalls eine Bool-Variable erstellt für Attack. Attack ist dann hier On und dann zu Weapon 2 Actor Weapon Attack Message das gleiche, wenn wir die linke Maustaste loslassen, dann wird Attack auf False gestellt und Weapon Stop Attack Message gesendet zu unserer AK47. Hier haben wir Weapon Attack da haben wir als erstes einen Branch dran das heißt wir fragen als erstes ab sind wir im Aiming von hier oben wenn wir im Aiming sind kommt die nächste Abfrage wie viel Munition haben wir eigentlich noch und wenn Munition 0 ist also nicht größer als 0 ist dann bleibt er bei Falls hier stehen da kommt dann könnte man später noch gucken wegen so einem Klickgeräusch wenn er bei also wenn er Munition hat also mehr als 0 dann haben wir ein Sequenz erstellt der Zen dann haben wir ein Gate erstellt der Zen 0 geht in Open rein der Zen 1 in Enter das Gate denke ich mal habe ich einigermaßen gut erklärt falls nicht könnt ihr da nochmal reinschreiben dann haben wir ebenfalls hier einen Exit das Zen 0 1 geht in hier rein in den Delay der Delay hat eine Zeit von 0,2 und wenn er Complete ist der Delay dann geht er in Enter und das Zen 0 geht hier quasi weiter also wenn ich das jetzt hier drauf halte dann hebt ihr das auch vor ist ganz gut wenn man hier solche Sachen hat die ein bisschen unschlüssig seht da kann man das einfach kurz die Maus da rauf und dann loslassen dann seht ihr das also Zen 0 sollte eigentlich zu UpperBuddy vom Spieler UpperBuddy anschalten und dann eigentlich PlayAnim Montage ja die Montage dann dass wir schießen abspielen dann hatten wir eigentlich ein Delay den habe ich jetzt hier erstmal nur verbunden mit Return Value von 0,15 ja vorher gehabt also das funktioniert hier alles leider noch nicht und hier wird der UpperBuddy wieder ausgeschaltet die Boolean variabel auf Forz dann haben wir hier das Ammo Ammo ist 30 zu Beginn wird minus 1 geschalten und wird ebenfalls aktualisiert hier ebenfalls mit Ammo aktuell denn Ammo aktuell brauchen wir schlussendlich später für das Widget und ich habe jetzt hier einfach hier im Print Text gemacht und das einfach hier rübergezogen verbunden mit dem Text so dass wir links oben schon mal sehen dass die Munition aufgebraucht wird dann haben wir hier noch das Event Weapon Stop Attack das heißt wenn ich nicht mehr angreife dann geht er hier rüber und geht dann auf Close ja das ist so die ganze Idee okay das war es jetzt erstmal von meiner Seite wie gesagt nächste Folge geht es weiter das ist auch noch nicht alles Final wir müssen auch noch ein paar Sachen umändern denn ihr habt es ja vorhin auch gesehen ihr könnt auch im Minusbereich jetzt reinrutschen wie ich das vorhin gerade richtig gesehen habe wir gucken uns das noch mal ganz kurz an zum Testen nehme ich mal kurz das Ammo und gebe ihm mal ganz kurz nur 5 Schuss braucht ihr nicht machen ist nur mal kurz ein Test von mir so 4, 3, 2, 1, 0 und ihr seht er geht trotzdem runter auf minus 6, 7, 8, 9 und so weiter das heißt wir müssen hier nochmal etwas nachbessern ja also das haut noch nicht ganz so hin die Abfragensachen aber wie gesagt das kommt alles in der nächsten Folge plus den Fix hier und dann das Reload System alles klar dann wie gesagt macht euch ein schönes Wochenende bis zur nächsten Woche ich bin damit raus euer Sessel Ciao Ciao